Aber die Behörden im Gebiet Kurs, die russischen Behörden, ordnen derweil immer mehr Evakuierungen an. Über die aktuelle Situation dort jetzt unser Russland-Korrespondent Christoph Wanner. Es gibt jetzt eine neue Zahl, interessant finde ich. Sie kommt vom Chef der russischen Spezialeinheit, Ahmad. Ahmad, General Abdi Al-Audinov, sagt, dass in Kursk, also in dieser russischen Provinz, im russischen Kernland, 12.000 ukrainische Soldaten sind. Die Ukrainer machen in Kursk weiter Druck, kommen aber nicht mehr so ungehindert und leicht und schnell voran, wie das zu Beginn der Operation war. Die aktuellen Geländegewinne sind wesentlich geringer. Und das hängt damit zusammen, wie ich denke, dass die Russen eben massiv Truppen jetzt reingeschickt haben in diesen Krisenherd Kursk. Und dass es den Russen auch gelingt, die Situation allmählich unter Kontrolle zu bekommen. In Moskau scheint man aber Angst zu haben, sich ein zweites Mal zu verkalkulieren, ob der Offensivkraft der Ukrainer und deswegen werden jetzt nördlich des aktuellen Kampfgebietes in Kursk Schützengräben und Panzergräben ausgehoben und massiv Verteidigungsanlagen errichtet, um eben Kurschatov zu schützen. Kurschatov ist die Stadt in der Provinz Kursk, wo das AKW, das Atomkraftwerk Kursk liegt. Und man geht hier davon aus, dass die Ukrainer vielleicht weiterhin versuchen könnten, sich dieses AKW zu holen, um ein Faustpfand für Verhandlungen zu haben. Und das will man eben in Moskau auf jeden Fall verhindern und deswegen geht man auf Nummer sicher. Tja, wenn wir in den Osten des Kriegsgebietes gucken, da stellen wir fest, dass die Russen trotz aller Probleme in Kursk weiter Druck machen. Und vor allem geht es da um zwei Brennpunkte, über die wir sehr, sehr häufig gesprochen haben in der Vergangenheit. Aber das sind eben schon die wohl am stärksten umkämpften Frontabschnitte augenblicklich im Donbass. Da geht es auf der einen Seite um den kleineren Ballungsraum Turetsk, auf der anderen Seite um die Stoßrichtung Pakrovsk. In Turetsk kommen die Russen voran. Sie haben da in den vergangenen Tagen einige kleinere Dörfer erobert. Und noch prekärer ist die Lage für die Ukrainer im Bereich Pakrovsk. Da arbeiten sich die russischen Truppen entlang einer Eisenbahnlinie von Osten kommend nach Westen vor. Und sind wohl noch vielleicht ca. 13, 14 Kilometer östlich dieses wichtigen ukrainischen Verkehrsknotenpunktes Pakrovsk entfernt. Die Russen nennen die Stadt Krasna-Amiysk. Ähnlich problematisch ist die Lage für die Ukrainer in Bezug auf Selidava. Auch das ist gleich um die Ecke dort ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Da sind die Russen vielleicht noch drei, vier Kilometer nördlich dieser kleinen Stadt Selidava. Also man sieht, der Druck ist nach wie vor groß. Und die russischen Generäle haben den Ukrainern eben nicht den Gefallen getan, jetzt massiv Truppen aus dem Donbass abzuziehen, um in Kursk zu löschen. Es werden Vereinzeltruppen abgezogen, aber eben nicht in der Masse, wie sich das Kiew vorgestellt hat. Und das wird jetzt zu einem Problem, vor allem auch deshalb, weil eben viele der Truppen, die heute für die Ukraine, auf Seiten der Ukraine, in Kurs kämpfen, jetzt im Donbass fehlen, weil sie dort abgezogen wurden. итсяk. Darma kann niemals ab genauso wie vor viel. Aber nein, gleichOO.